So Freunde, weiter geht es. Bellingham jetzt abgegeben in der SPC. Und ja, jetzt gucken wir mal, ob wir noch Packlack haben zum Abschluss des Videos. Wie gesagt, heute wieder vollgepacktes Video. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Insgesamt und ihr lasst Liebe da. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und so haben wir schon zwei Segmente von Upamecano tatsächlich durch. Und wie ihr seht, haben wir hier noch ordentlich Packs am Start. Ja, machen wir rein, das 384 Pluser. Und da ist der Icon. So gerade die Shapeshifter Icon. Komm, rechter Flügel. Da ist Van Persie. Da ist er, da ist er, Friends. Da ist er am Start. Let's go. Abwahrt. Gerade hier mal angeschaut. Robin Van Persie. Da gucken wir direkt mal. Oh my goodness. Let's go. Alarm, Friends. Ich hatte gerade nur noch den anderen auf dem Schirm. Eine Million. Der ist bei zwei Millionen. Der rechte Flügel ist bei zwei Millionen. Abfahrt, Friends. Wie geil ist das denn? Rechter Flügel. Zwei Millionen. Robin Van Persie. Der nächste Niederländer. Nach Hülle Prime. Nach Coman Full Birthday aus dem Simonsen Pack. Der nächste Niederländer. Oh my God. Oh my God. What on earth? Außere Schutz und Flair. Traits haben wir uns gar nicht angeschaut, Friends. Oh my God. Oh my goodness. Und wir können direkt weitermachen, Freund. Was ist hier denn los? Was ist hier denn los? Komplette Eskalation. go. Vielen Dank.